So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ihr wisst, das ist ja nicht nur ein Pokémon-Kanal, das ist nicht nur ein Essens-Kanal, das ist vor allem auch ein persönlicher Kanal, denn gerade in meinen Essens-Videos oder den Pokémon-Streams, Vlogs, in den Reisen, in eigentlich allem, was ich tue, auch in den Streams, steckt viel Persönlichkeit von mir drin, dass man sieht, wer bin ich so, was mache ich so, wie bin ich so drauf, die meisten sagen, die mögen mich, weil ich immer so ehrlich, aufrichtig bin, so spaßig, so einfühlsam, ich habe so viele, ach, so ein toller Mensch überhaupt. Jetzt ist letztens was passiert, da habe ich ein Video hochgeladen, mein Zahnarzt hat mich angezeigt. Viele Leute haben das geguckt, viele Leute haben das gesehen und viele Leute waren sprachlos, viele haben gesagt, boah, das klingt gar nicht, als ob das echt gewesen hätte sein können, das klingt wie aus einem Film, das ist ja wirklich kaum vorstellbar, was da war, wie sich das zugetragen hat, was da passiert ist und ja, ich habe es selber nicht verstanden, deswegen habe ich ja auch, als ich das erlebt habe, bin ich nach Hause, habe darüber nachgegrübelt, jahrelang, stundenlang, minutenlang, sekundenlang und habe gedacht, so wie ich bin und so wie es auch damals die Frau Hattung immer gesagt hat, ihr Kanal tut ihnen gut, wenn was ist oder so, reden sie ruhig, reden sie ruhig über das, was sie belastet, reden sie über das, worüber sie reden wollen, das ist ihre eigene Therapie. Fressen sie es nicht in sich rein, schleppen sie es nicht mit sich rum, das macht es nur schlimmer, lassen sie es raus, reden sie, öffnen sie sich, das habe ich bisher immer so gemacht, das fanden ja viele Leute gut. Jetzt habe ich also dieses Video gemacht, mein Zahnarzt hat mich angezeigt, mit allem, was dahinter war, mit allem, was passiert ist, wie das abgelaufen ist, wie es dazu kam, was der Zahnarzt vor allem gemacht hat, wie ich mich gegen den Zahnarzt dann gewehrt habe und wie es jetzt dann den Abschluss finden sollte, Anzeigen sind raus, er gegen mich, ich gegen ihn, hin und her, ich durfte meine ja fast gar nicht machen, denn er durfte mich anzeigen, aber als ich ihn anzeigen wollte, hieß es ja schon, na braucht man nicht, sie müssen sich ja eh dazu äußern, dann brauchen sie ihn doch nicht anzeigen, oder? Das ist ja jetzt Quatsch, das ist ja nur unnötig Arbeit oder so, deswegen, aber wenn er das Recht hat, habe ich ja auch das Recht und dann wollte ich auch mein Recht einfordern. Jetzt war es die ganze Zeit ruhig und viele Leute haben in den Streams immer mal gefragt, ey, gibt es eigentlich was Neues von deinem Zahnarzt da, was da damals war und so alles, ich habe immer gesagt, naja, noch nicht, das steht ja alles noch aus, mal gucken, was passiert und gerade in letzter Zeit sind auf einmal wieder Kommentare auf das Zahnarztvideo gekommen mit dem Namen von dem Zahnarzt, der namentlich erwähnt wurde, von Leuten, die da kommentiert haben, die ihn wohl zu kennen scheinen, die wohl hier auch aus der Stadt sind, die also mich kennen und ihn kennen oder sonst was, ich habe mich nur gewundert, wer ist das, wo kommen die jetzt her, wie haben die das jetzt gefunden, wie, warum tauchen die ausgerechnet jetzt auf? Dann wurde ich darüber informiert von meiner Mutter, als sie da war, da, das habe ich, das kriege ich ja nicht mit, aber in der Rundschau, was so eine Zeitung ist, die es wöchentlich gibt, immer kostenlos, kann sich jeder hier mitnehmen, überall liegt die aus, die Rundschau ist jetzt ein Artikel drin, über mich, über den Kanal, über mein Video, ein Leserbrief geschrieben von meinem Zahnarzt, der aus seiner Perspektive da kurz was hingeschrieben hat. Meine Mama hat schon gesagt, wenn du dir das durchliest, weiß ich jetzt schon, du wirst komplett ausrasten, ich habe mir das durchgelesen und ich fand es einfach nur lächerlich. Und jeder normale Mensch, der nur ein bisschen Verstand hat, sollte zwischen diesen zwei Sachen, meinem Video, wo ich den Fall geschildert habe, wo ich seine Fehler aufgezählt habe, wo ich aber auch meine eigenen Fehler aufgezählt habe, wo ich die ganze Situation beleuchtet habe, wo ich auch peinliche Momente und Sachen, die total niemand möchte, dass das jemand weiß, auch offengelegt habe, weil ich wirklich detailliert alles von vorne bis hinten erzählt habe. Wer das hört und dann diesen Artikel sieht, müsste schon anhand der Aussagen, die in dem Artikel stehen, merken, dass das gar nicht stimmen kann, was der da reinschreibt, dass das ja jetzt schon gelogen ist, was da drin steht, dass das Video ja schon der Beweis ist, dass die Aussagen da drin Quatsch sind und das ist nichts, man muss dabei gewesen sein, das ist was, was man jetzt sehen kann. Ich möchte euch den Artikel jetzt mal vorlesen und möchte auch was zu dem Artikel sagen und nochmal darauf hinweisen, dass das Beste an dem Artikel ist, dass die Rundschau nur Leserbriefe veröffentlicht, wenn man seinen Namen dort mit angibt. Jetzt steht also hier, das habe ich zensiert, da habe ich diesen schwarzen Balken drauf, steht der komplette Name, Doktor, mit Vorname und mit Zunahme, sodass auch wirklich der letzte Mensch in ganz Hildburghausen, in der Stadt und überall weiß, um welchen Zahnarzt es sich also handelt und wer es gar nicht mitbekommen hat, von ihm jetzt dazu getrieben wurde, gerade durch den Titel, mein Zahnarzt hat mich und YouTube, würde ja jeder, der jetzt den Brief liest, bei YouTube, mein Zahnarzt hat mich eingeben und sie dann das Video dazu. Das heißt, der Zahnarzt hat, obwohl er ja nicht wollte, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit gerät, selber jetzt dafür gesorgt, dass sein Name voll und ganz da steht, dass er mit meinem YouTube-Video in Verbindung gebracht wird und hat sich selbst aus seiner Deckung rausgenommen und gesagt, hier bin ich, ich war, seht mich an, kann ich nicht nachvollziehen, wenn angeblich ihn das ja stört, dass da über ihn geredet wird, obwohl er nirgendwo namentlich erwähnt wurde und viele meiner Zuschauer ja sowieso nicht wussten, um wen es geht und sich auch nicht über die Person, sondern einfach um die Tatsache damit beschäftigt haben. Ich kann das nicht nachvollziehen, ich weiß nicht, was da abgeht, aber ich finde es schade, dass halt jetzt versucht wird, Leute in Hildburghausen und Umgebung so zu manipulieren und so hinters Licht zu führen mit solchen Aussagen, die ja schon, wenn man das Video sieht, sieht, dass hier gelogen wird, in diesem Artikel. Und das finde ich halt einfach unter aller Sau. Mein Zahnarzt hat mich, ist der Titel. Nach Videoveröffentlichung in YouTube, Shitstorm gegen Zahnarzt. Was für ein Shitstorm, frage ich mich da erstmal. Der Zahnarzt hat eine Bewertungsseite auch auf Google, wo Leute auch Bewertungen abgeben können. Gerade kurz nach dem Vorfall sind auf einmal lauter positive Bewertungen da erschienen. Der hat in seinen 50.000 Jahren, wie er die Zahnarztpraxis hat, insgesamt nur 8 Bewertungen gehabt. Da waren nicht nur Gute dabei, da waren auch Schlechte dabei. Also bevor das alles war, haben auch schon Leute schlechte Bewertungen abgegeben, weil sie nicht gut behandelt wurden, weil unfreundlich, weil keine Ahnung. Positives habe ich immer gelesen, wenn es um die Damen geht. Aber negatives habe ich gelesen, wenn es um den Herren ging. Auch. Klar gab es auch die, die sagen, beste Bruder, 5 Sterne. So, gibt es ja überall. Trotzdem waren in den ganzen 10 Millionen Jahren wohl nur insgesamt 8 Bewertungen da. Und das ist halt wirklich nichts. Und direkt nach dem Tag sind auf einmal 4, 5, 5 Sterne Bewertungen schnell dazugekommen mit Das ist gut für Angstpatienten. Werden hier gut beraten. Wie so ein Tritt ins Gesicht, wie ein Schlag in die Fresse. Als würde man sich noch darüber lustig machen, was da passiert war mit mir und was sie mit mir gemacht haben. So, jetzt ist dort aber, sind auch 2, 3 Bewertungen aufgetaucht, die negativ waren. Aber einfach nur halt einen Stern gegeben. Ohne einen Text dazu, ohne irgendwas. Shitstorm, hätte ich ja jetzt gedacht, dass Shitstorm so ist, dass das ganze Profil dort überlagert wird und dort geschrieben wird. Irgendwelche Bedrohungen, Beleidigungen und sonst was. Aber das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Es gibt keine Beleidigungen, es gibt keine Bedrohungen. Er hat seine Ruhe da gehabt. Keiner hat sich darum gekümmert. Weil ja auch eben keiner wusste, wer es ist. Da ich ja in meinem Video auch niemals einen Namen erwähnt habe. Und wenn irgendjemand kam und einen Namen erwähnt hat, dann habe ich denjenigen gelöscht und habe gar nichts dazu gesagt. Vor allem, wer kam und wer was dazu gesagt hat, war seine eigene Tochter. Die natürlich denselben Nachnamen trägt. Und die ihren Vornamen natürlich auch im Profil hat. Und die mit ihrem eigenen Google-Account drunter kommentiert hat. Und dadurch ja vielleicht manche Leute darauf aufmerksam geworden sind, durch den Nachnamen doch mal zu googeln. Nachname, was ist das? Ach, das muss ja der sein. Und vielleicht daraufhin dann eine Ein-Stern-Bewertung gegeben haben. Aber das waren dann zwei oder drei Leute. Mehr ist da nicht. Das kann man jetzt sich auch noch öffentlich angucken. Dass da nichts ist. Hier wird aber direkt von einem Shitstorm gegen den Zahnarzt geredet. Und dass die ja bedroht und beleidigt wurden. Und die ganze Familie mit reingezogen. Dass wenn die Tochter sich selber in die Öffentlichkeit stellt und sagt, hallo, das war mein Papa. Das ist dann schon nicht so schlau. Muss ich dazu sagen. Ich habe extra das rausgelassen. Weil mir ging es nicht darum, ihn schlecht zu machen. Oder irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Ich wollte für mich die Situation verarbeiten. Deswegen habe ich mich hingesetzt und habe darüber erzählt, was ich erlebt habe. Um zu merken, hat jemand von euch auch sowas schon erlebt? Was habt ihr für Erfahrungen in der Welt da draußen gemacht? Für mich, ich wollte darüber reden, damit es mir besser geht. Das war nicht Ziel und Zweck, dass jetzt alle dahin rennen und den kaputt schlagen. Oh mein Gott. Ist ja Quatsch. Aber irgendwie haben sie sich selbst wohl gedacht, es ist schlau, wenn man sagt, Ey, das war mein Papa, ihr, was schreibst du da? Verstehe ich nicht. Und er selber dann auch einen Brief verfasst und extra den Titel reinschreibt von dem Video und seinen kompletten Namen noch dahin schreibt in die Zeitung. Und dass wirklich nochmal jeder, ach der war das und das war hier und das war so. Weiß ich nicht, warum, aber gut ist so. Jetzt steht hier Leserbrief. Am 13. Februar 23 gegen 8.30 Uhr kam es durch einen Bürger aus Hildburghausen. Nach einem terminierten Vorbehandlungsgespräch gegenüber dem Zahnarzt zu einer täglichen Auseinandersetzung mit vorhergehender Sachbeschädigung des Praxismobilars. Die gerufene Polizei erteilte zum Schutz des Personals und der Zahnärzte gegenüber dem Patienten ein sofortiges Hausverbot. Der Zahnarzt erstattete Strafanzeige. Das stimmt ja auch schon wieder nicht. Der Zahnarzt hat gesagt, hier, ich mach heut nix mehr, verlass die Praxis und so. Ich hab keine Lust mehr da drauf. So, immer dieses Hin und Her und dieser Heckmeck, was ich nicht verstanden hab. Ich habe nur eine Frage gestellt. War ihm schon wieder zu viel. Ich weiß nicht, was er gegen mich hat. Ich soll gehen. Ich will gehen. Dann soll ich nicht gehen. Ich soll da bleiben, bis die Polizei kommt. Er hält mich fest. Und er sagt schon, Hausverbot, Hausverbot, Freundchen, Hausverbot. Und Polizei kommt jetzt auch hier, zack. In dem Artikel wird es ja so dargestellt, dass die gerufene Polizei, die Polizei musste, ein Hausverbot aussprechen, um die Patienten und die Ärzte und alles zu schützen dort. Also, das klingt, als wäre da voll das Gerangel los. Und die Polizei kam und stürzt sich da rein und, ey, hier, und haltet den zurück. Und du darfst jetzt nicht mehr da rein, hier, Freundchen. Ich war auf der Toilette. Ich habe meine Hose sauber gemacht, bis die Polizei dann kam. Und dann habe ich mit denen auch normal geredet. Dann hat der eine gesagt, komm, wir können ja draußen nochmal hin und draußen reden. Weil er hat gerade gesagt, du sollst hier nicht mehr rein. Und er hat ein Hausverbot ausgesprochen. Also, nicht die Polizei hat das Hausverbot ausgesprochen. Der Arzt selber hat das Hausverbot ausgesprochen. Weil er ja so groß und stark ist und so weit über einem steht, hat er ja natürlich so gut reden gehabt. Und weiter, er hat dann ja sogar noch ausgelacht. Er hat dann ja noch ausgelacht, als man an der Tür war. Als ich gesagt habe, ja, dann soll er die Polizei halt holen. Dann können wir das klären. Ich renne noch nicht davor weg. Hat er auch wieder. Na, du stellst dich der Sache. Ha, 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 ha. Da hat er auf mich nicht so gewirkt, als hätte er Angst vor mir. Oder als wäre ich übelste Psychopath. Und er muss um sein Leben fürchten. Und um seine Patienten fürchten. Und um seine Angestellten fürchten. Aber es wird hier so hingestellt wieder. Es wird hier so hingestellt, ja, also. Unmittelbar danach erfolgte durch den Patienten eine falsche Darstellung der Ereignisse. Mit Umkehr der Opfer-Täter-Darstellung in seinem eigenen betriebenen Videokanal. Ich habe ein Video gemacht, ja. Und habe erzählt, was mir passiert ist. Die Leute finden das gut, dass ich immer so offen bin. Dass ich Dinge erzähle. Dinge, bei denen ich mich auch selbst belaste. Dinge, bei denen ich selbst oft nicht gut dastehe. Oder man auch Fehler merkt, die ich selber mache. Aber trotzdem darüber rede. Und das schätzen die Leute an mir, die mich kennen. Denn hier wird, um von der eigenen Person abzulenken, natürlich wieder irgendwas geschrieben. Irgendwas gesagt. Eine falsche Darstellung der Ereignisse. Umkehr der Opfer-Täter-Darstellung. Jeder, der dort war, wie gesagt. Er hätte, als ich dann gehen wollte, mich einfach gehen lassen können. Aber er hat zugepackt und hat mich festgehalten und hat mich angegriffen. Und ich habe mich nur losgerissen. Jeder, der in der Praxis war. Kann das bestätigen. Die Praxishelferin, die im selben Raum war, bei der Behandlung dabei. Kann das bestätigen. In dem Leserbrief nach außen hin, für die Leser dieser Rundschau, wird es aber dargestellt, dass es ja anders war. Es war ja anders und er hat hier und so und alles. Aber eigentlich wird auch gar nichts gesagt. Weil von sich selbst verliert er ja kein einziges Wort. Durch die Veröffentlichung, das ist ja jetzt das Beste noch, durch die Veröffentlichung des Namens des behandelnden Zahnarztes in diesem Video wurde der psychische und psychische Druck gegenüber dem Zahnarzt und seiner Familie bewusst erhöht, obwohl es noch als ein laufendes Verfahren gilt und endete mit anonymen, verbalen Beschimpfungen der Leser des Videokanals. Er wurde also von meinen Zuschauern beschimpft. Keiner wusste, wer es war, wer er ist. Keiner hat sich an ihn gewandt und gesagt, du bist ein Arsch. Du gehörst weg. Sowas braucht keiner. Nee. Es wusste doch keiner, wer er ist. Es stellt so dar, dass jeder wieder den Eindruck hat, die Leute sind alle auf ihn zugegangen und sind ihn alle verbal angegangen. Die Leute haben ihn alle beleidigt, haben ihn fertig gemacht, haben sonst was. Weil es ja hier in diesem Leserbrief so drin steht. Es steht drin, dass er namentlich in dem Video erwähnt wurde, um zum Ziel zu haben, dass der Druck erhöht wird auf ihn. Hat er das Video sich überhaupt mal angeschaut? Hat irgendjemand gesagt, hey, da geht es um dich, die haben da deinen Namen gesagt? In dem Video wird kein einziges Mal ein Name genannt, weil es nicht darum ging, jemanden irgendwie in die Pfanne zu hauen oder sich zu rächen oder sonst was zu machen. Ich wollte mein Zeugs verarbeiten und habe meine Situation, mein Erlebnis geschildert und mit meinen Zuschauern geteilt. Hier steht aber ganz klar, in dem Video wurde extra der Name genannt, um den Druck. Das ist auch wieder falsch. Das ist falsch, das ist eine Lüge. Und wenn ihr sagt, naja, wenn der das sagt, wird es aber schon so sein, dann guckt euch bitte das Originalvideo an. Da ist kein Name drin. Schon kann ich das auch alles nicht mehr ernst nehmen, was hier steht. Dass im Kommentarbereich und an meinem Video Leute geschrieben haben, oh mein Gott, wie ist der denn drauf? Dieser Mann, bei dem du warst. Oh mein Gott, sowas nennen sich Zahnarzt. Und du die Leute so diskriminieren und unter Druck setzen? Das ist völlig normal. Aber keiner hat ihn angeschrieben und gesagt, du nennst dich Zahnarzt oder was? Und du... Die Leute haben einfach nur, fanden diese Situation, die entstand, was er mit mir gemacht hat, unter aller Sau. Manche haben auch solche Erfahrungen gemacht. Da weiß ich auch nicht, wer das ist und wie die heißen. Aber man hat darüber geredet, dass man sowas auch schon mal erlebt hat. Also wozu so eine Schmieren-Komödie hier auffahren? Damit war die Familie den schutzlosen Anfeindungen im Internet und diesem Video preisgegeben, ohne eine persönliche Richtigstellung zu erreichen. Die Familie preisgegeben, obwohl niemand wusste, wer es ist. Die Familie preisgegeben, obwohl die Tochter selber angefangen hat, unter dem Video zu kommentieren und zu sagen, oh, hier Freundchen, das gibt eine Anzeige wegen Rufmord. Sie hatten keine Möglichkeit, das richtig zu stellen. Dann hätten sie ja, wenn sie sowieso schon das Video sehen und sich damit beschäftigen und kommentieren und es egal ist, dass man auffliegt, wer das ist, den Kommentar ja nutzen können. eine angebliche Richtigstellung zu machen. Nur wie kann die Tochter eine Richtigstellung machen, wenn sie ja gar nicht dabei war und nur das kennt, was der Papa gesagt hat, ihr erzählt hat. Aber man hat ja lieber die Deckung auffliegen lassen, dass wir es sind, Familie sonst was, um nur wieder weiter einen zu bedrohen und wieder mit irgendwelchen rechtlichen Schritten. Obwohl ich niemanden genannt habe, niemanden erwähnt habe, obwohl ich einfach nur mein Erlebtes geschildert habe, um das zu verarbeiten. Trotzdem wird es weiter hier nach außen hin für die Einwohner der Stadt Hildburghausen so hingestellt, dass wir geschlossen mit Fackeln und Mistgabeln vor dem Haus standen und ach, mein Gott, wie schlimm muss das denn gewesen sein? Obwohl niemand von denen angeschrieben wurde, obwohl niemand wusste, wer die sind und um wen es geht. Das ist so extrem überdramatisiert theatralisch dargestellt, einfach nur auf die Tränendrüse zu drücken, um von sich selbst abzulenken, komplett und mich jetzt weiterhin zu erniedrigen, zu diskriminieren und fertig zu machen. Und das alles, wo man jetzt selbst den eigenen Namen wieder schön in die Öffentlichkeit schreibt, um dann zu sagen, ich begehe Rufmord, selbst jetzt habe ich den Namen zensiert, obwohl er ja öffentlich in der Zeitung steht, für jeden einsehbar. Selbst auf der Rundschau Internetseite kann man den Artikel sehen, wenn man die Zeitung nicht hat. Der ist, jeder kann den finden, jeder, aber ich zensiere den noch. Weil mich einfach nur das aufregt, dass ein erwachsener Herr, ein Arzt, ein sonst was so ist, sich so verhält und sich jetzt so gibt und nachträglich es noch schlimmer macht und es immer lächerlicher wird, was da gespielt wird. Das nächste. Ich frage mich persönlich, aber auch die Gesellschaft und die Politik zum Schutze unserer Zahnärzte, Mitarbeiter und des medizinischen Personals, wann werden endlich geeignete Maßnahmen und Gesetze erlassen, um den von der Gesellschaft übergebenen medizinischen Sicherstellungsauftrag der Bevölkerung ohne physischen und psychischen Schaden erfüllen zu können. Er sucht jetzt also auch noch Schutz? Braucht er jetzt noch Bodyguards? Hat er Angst, dass er nicht mehr diskriminieren kann und die Leute reihenweise in Strömen da rausrennen und heulen, sondern dass einer mal sagt, sag mal, wie redest du mit mir? Hä? Ich bin doch kein sonst was. Was soll das? Soll das jetzt? Brauchen wir jetzt Security? Brauchen wir Security beim Zahnarzt, beim Hausarzt, beim irgendwas? Taschenkontrolle, Körperabtastung? Wenn du zum Zahnarzt gehst jetzt, da stehen immer zwei mit MG bewaffneten Soldaten dabei und überwachen die Zahnsteinentfernung und das Loch bohren und alles andere. Was? Ich verstehe es nicht. Ich dachte, es ist ein erwachsener Mann, aber wenn ich sehe, was jetzt weitergeführt wird und rausgemacht wird, ich habe keine Ahnung, was das ist, was das sein soll. Ich habe jetzt mich bei der Rundschau auch mal gemeldet, habe mich da mal erkundigt, die fand das ganze Thema interessant und hat gesagt, ja, vielleicht würde die Leute das auch interessieren, die Gegenseite zu hören, eine Gegendarstellung. Natürlich nicht unter die Gürtellinie gehen, aber wozu? Brauche ich ja nicht. Dann habe ich mir überlegt, dass ich auch bei der Rundschau vielleicht jetzt einen Leserbrief mal einreichen werde, mal schreibe und nochmal ausführlich, wenn er auf dieser Platt, wenn er Rundschau und Zeitung in Hildburghausen nutzt, um die Bürger von Hildburghausen zu informieren, wer ich bin, was ich mache. Dieses Video im Internet, geht mal dahin, schaut mal danach, da wurde mir leid getan. Keiner guckt sich das Video. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann jemand sich das Video anguckt. Die werden nur gucken, wer hat das Video gemacht, wer ist das und haben jetzt alle sonstigen Eindruck von einem. Dann kann ich mir auch den Spaß machen, einfach das, was ich im Video gesagt habe, auch nochmal schriftlich festhalten für die Leute, die nicht in YouTube großartig unterwegs sind, nicht für die Jungen, sondern für die Älteren, für die Erwachsenen und vor allem für die Vernünftigen auch, dass man auch einen Leserbrief verfasst, der vielleicht auch abgedruckt wird, auch mit meinem Namen dazu, das gehört dazu, man darf keine anonymen Leserbriefe machen, der Name steht dann dabei, dann weiß jeder erst recht, okay, das ist er und das ist er, dann sind beide schön in der Öffentlichkeit und dann sollen sich die Leute bitte selber ein Bild davon machen, was sie denken, wer hat hier die Wahrheit gesagt, wer manipuliert hier nur nach Strich und Faden. Ich habe alles Seiten beleuchtet in meinem Video. Ich habe alles gesagt, was passiert ist, wie ich mich dabei gefühlt habe, ich habe gesagt, auch was ich gemacht habe, was ich hätte anders machen können, ich habe Dinge gesagt, die peinlich waren, warum sollte ich das alles erfinden und mich selbst so blöd darstellen. Schon bei der Bismarck-Wanderung damals war es auch was, wo alle gesagt haben, ja, mach das nicht, da verlierst du dann irgendwie Abos und sonst was und ich habe gesagt, ja, was interessiert mich denn, ob ich Abos verliere? Wichtig ist doch, dass es mir gut geht und dass die Leute verstehen, was gerade los ist. Dass die, die da sind, einfach Bescheid wissen, wenn man in der Öffentlichkeit so steht und dann irgendwas ist und man es einem anmerkt und jedes Mal die Frage kommt, was ist denn los und was war denn heute und bla, dann red einfach drüber, red einfach drüber irgendwo und dann passt das und dann geht es dir auf jeden Fall besser damit, ohne dass du irgendwie versuchst, jemanden ans Messer zu liefern oder schlecht darzustellen, einfach nur für dich die Sache klären. Aber wenn der Herr hier, der erwachsene Zahnarzt jetzt natürlich mit sowas hier auffährt, kein einziges Ding erzählt, was er gemacht hat, wie er, wie alle sagen, das ist ja eine Freiheitsberaubung, wenn der dich da, wenn der sich vor die Tür gestellt hat, du die Praxis gar nicht mehr verlassen durftest, was total unnötig war, er hat doch deinen Namen, er hat doch deine Adresse, er weiß doch genau, wer du bist, er hätte jederzeit wegen jeder Sache eine Anzeige machen können, nachträglich irgendwie, aber dass er sich da hinstellt und dich sozusagen gefangen nimmt und dich dann hindern, dich hindern will am Gehen und dich anfasst und packt und handgreiflich wird, da hat er jegliche Kompetenzen überschritten. Und jetzt wird es einem wieder nachteilig ausgelegt. Aber gut, ich werde meinen Artikel schreiben, auch wenn viele sagen natürlich, ne ja, lass jetzt, ah, das wird immer alles nur noch schlimmer, aber wenn er mich jetzt schon so hinstellt, dann möchte ich wenigstens auch, dass die Leute, die das jetzt gesehen haben, auch die Gegenseite hören und auch vielleicht mal sehen, gut, das ist das und das ist das, aber was ist das dann schon noch? Ich hoffe, die Leute lassen sich nicht so leicht manipulieren und die Leute schauen wirklich mal, dass nicht immer der reiche alte Mann der ist, dem man vertrauen kann, dass vielleicht auch Leute gerade in höheren Positionen vielleicht Höhenflüge bekommen, vielleicht schneller dazu neigen, jemanden zu diskriminieren, der eben nicht so viel hat und der eben in ihren Augen vielleicht weniger wert ist und ein Idiot. Vielleicht bin ich einfach nur ein Idiot in seinen Augen. Ich bin ein Idiot und sonst was, er ist genervt von mir, boah, der schon wieder, aber finde ich nicht, dass man dann Arzt sein sollte, denn ich habe Rechte und Pflichten, er hat Rechte und Pflichten und wenn ich zu einem Arzt gehe, dann möchte ich bitte gleich behandelt werden und nicht die ist hübsch und hat große Brüste, die tue ich gerne untersuchen und der, ja, der hat hier so ein Vollbart und so ein Tattoo am Oberschenkel, voll assi, nee, da ekle ich mich ja schon, wenn ich den sehe, finde ich schade, dass das so ist. Man kann ja, persönlich, muss man nicht mit jedem abhängen, da kann man ja sagen, ja, mit solchen Leuten möchte man nichts zu tun haben, aber in so einem Bereich finde ich schon, dass man sowas mal ausblenden sollte und einfach sehen sollte, dass wir alles Menschen sind. Wir sind alles Menschen, keiner ist besser wie der andere und deswegen, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was er für ein Problem hat, ich werde es nie rauskriegen, er weiß es wahrscheinlich selber nicht, aber, ja, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.